Mimimimimi Hallo heisst ein Top fitter cutefox LP so Top fit ist dass er ganze viele lettere blaze macht ha ha wie ihr bestimmt gehört habt bin ich erkältet das heisst keine videos ich lade doch ich lade nur noch ja fick dich aus und danke ich lade doch ein paar alte videos hoch und ja ich bin erkältet hatte eine logische Erzündung bin jetzt auf der Weg der Besserung ich kann nichts aufnehmen weil wegen Husten weisst du er hört ja er hört ja oder so also warte kurz ganz kurzen Tee gut es werden keine videos in der Woche geben weil eben ihr wollt ja kein ständiges gehusten hören von daher ja und meine Stipp ist auch voll im Arsch ne du sorry aber es kann ich nicht aufnehmen ne sorry Leute aber vielleicht nächstes Monat oder so vorher wird es mir besser gehen dann kommt auch wieder ähm ein paar Half-Life und dann ja ja noch ein Schlusswort Penis gut ja ja